Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Chameleon Twist und wir sind hier im dritten Level, dem Bombenland. Ähm, gibt's hier oben was? Tatsächlich, aber jetzt fragt mal, ist mal den Hasen, was der zu sagen hat. Boom! Da sind tödliche Bomben überall im Bombenland. Äh, ja, Bodenzektion, äh, Bodenbereiche, die können, äh, beschädigt werden und zerstörbare Blocke und verschiedene Bomben-Explosion sind hier überall, äh, Teil des Staasses. Irgendwie so. Da, 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 da. Ich bin schon mal angekommen. Ja... Erst aber... Ja, aber mehr gibt's da nicht. Okay. Ach, Mann! Äh, ist ja mein... Ich werd doch nicht wohl dieses blöde Vieh erwischen. Danke! Boom, 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 boom! Boom, 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 boom! Einfach mal so alles wegspringen. Boom! Oh, ich kann mich auch selber damit treffen, okay. Ähm... Das haben wir jetzt natürlich nicht vor. Boom! Da ist ein Herz, okay. Äh... Boom! Ähm... Moment mal. Kann ich eigentlich hier... So rüber? Nee, kann ich scheinbar nicht. Okay. Okay. Probier's mal folgendes... Da-da... Da-da-da-da-dam... Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da... So komm ich rüber. und da auch ich hab Angst vor dem Viech da aber reicht das überhaupt noch? ne, hab's falsch gemacht ok probier's jetzt nochmal das muss doch irgendwie gehen ach, aber nicht wenn ich zu spät drücke ja, man merkt aber, das Level ist härter als das vorige jawoll nein ich glaub, das soll so eigentlich auch gar nicht gehen, dass man hier schon den hier macht na komm schon, jawoll warte mal da unten ist ein oh je ob das jetzt mal kein Fehler war es war ok oh hey, wir haben eine Gruppe gefunden hier zu welchem Preis ich muss mal hier den Schmodder nämlich nochmal machen und ich hab schon wieder erstmal gefällt, ok das gefällt mir gar nicht ich wollte halt mal ein bisschen was da ist weil ich das dort noch nie entdeckt hab oh weg mit dir das war ne ok so hammer gut jetzt gib mir bitte irgendwie nö ok natürlich nicht ich würd mal sagen so soll das mehr braucht's auch nicht ich würd mal sagen perfekt getroffen, oder? alles will Leben gib mir Leben ich sag mir, dass dein Leben mögen nein kein Leben bitte ein Herz für ein Chameleon da hat er noch mal am Anfang im ersten Wort gesagt allzu schwer ist das Spiel nicht ich weiß ja nicht ihr habt natürlich nichts gehört oder? ja wieso ich weiß ja gar nicht wer überhaupt denn sowas bin ja aber trotzdem mal gespannt ob ich es ohne einen Game-Oper schaffe ja ein Herz submit wo muss was die ist also ich auch ich soul da 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 das Klar, da geht natürlich genau die Platte runter. Ach, die gehen erst runter, sobald die sie verlaschen, okay. Ja, aber halt ne Kornbindung, was soll's. Da ist nur doch da, ist doch was denn. Busch ist da doch mal, das ist eine Frage, warum da schon irgend wie hin? Aber mich bin ich versehentlich, in die Pfalzschung ist doch tief. Oh, ich wollte eigentlich keine Zungenschlaufe machen. Na? Nein! Hä, wie soll ich denn das gehen? Draufgeschissen. Da, 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 da! Gut, hörst du was? Okay. Geh mal rüber, und dann einfach hoch! Oh mein Gott, was new? Ich würde sagen, wir springen hier an dem Block weg. Achso, ich soll da runter. Ich kann da so gar nicht drüber kommen, sondern ich muss von hinten runter springen, okay. Nein, bitte! Nein! Ich war so nah dran, Leute, ich war so nah dran. Ja, es ist nicht wirklich schwer, es ist einfach nur ätzend, da teilweise die richtigen Winkel zu finden kann. Kann der Raum mal bitte so bleiben, wie er ist? Danke. Das ist doch gar nicht so schön, das. Das ist doch nicht so. Ja, ich kann nicht mit der Kamera näher ran. Achso, jetzt verstehe ich auch, warum das Vorfeld nicht geklappt hat. Wegen der Kante. Und wenn ich von oben runter springen, dann muss ich mich ja danach ranziehen und dann stört die Kante natürlich nicht beim Ranziehen. Ja, dreckreich aufgebaut, das Level. Und irgendwie traue ich mich gerade nicht zurecht. Konzentration. Ich werde jetzt mal ein bisschen ruhiger sein. Das wird nichts. Mist. Oh mein Gott. Das darf doch erst so nicht enden. Jawohl. Nee. Jawohl. Jawohl, kein Hammer. Nein. Nein, 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 nein. Okay, jetzt. Den Sprung nicht verkacken. Ah. Wie soll das denn gehen? Du baue ich da zu viel ab. Du baue ich mir das gerade nervig ab. Das ist doch nicht wahr. Äh. Das ist doch nicht wahr. Also ich glaube, den Null Game Over kann ich vergessen. ja ich drücke und der macht nichts gibt es vielleicht noch irgendwie kann ich die herzen wiederholen ok was soll es ja ist okay egal natürlich wollte ich auch nur mal den überzeigen also ab wenigstens startet wieder schön da kann man ja gleich weiter probieren ist ja nett also der raum der hat schon sowas von dem kleinen ich drücke auf die taste und nichts passiert ich strecke euch eigentlich die zunge aus das ist euch noch nicht aufgefallen ist nur wie kann ich es nur wagen nur weil es ist ein raum ist ein bisschen nervig ist und eigentlich auch nicht schwer aber ich bin gerade ich bin gerade einfach nur zu blutbezug in einem raum nehme ich jetzt nicht an meine aussage zurück dass das spiel irgendwie schwer sei oder so es sieht ja eigentlich dass es nicht schwer ist es ist nur ein bisschen trickreich und ja die kamera ist aber auch sehr wackelig teilt und ich kann das durch die kamera auch nicht zurecht einschätzen manchmal so jetzt geht ja klar klar die wackelt ja sogar bei dem hier zurück äh weißt du wenn sie wenigstens da bei diesem move an einer stelle bleiben würde oh nein ich wackelt zurück nach komm schon ist dein ehren und das war gerade dumm und das war gerade dumm ich hatte ich sicher schon mal schaffen danke ich habe wieder die taste nicht reagiert tschüss tschüss sich nicht einzig ist sich so gar nicht ein ja ist okay ist okay nichts game over so tschüss ich kann jetzt oder was ich nicht sucht sich gar nicht dass das geht es sagt mir nicht dass ich die kamera auch drehen kann nein das geht das ist natürlich nice nein ich wollte es nicht weg springen das muss ich mich sowieso umbringen oder ja aber der hätte sonst klappt ich wollte eigentlich das fiech weg springen bevor es nicht im sprung trifft aber es ist natürlich richtig naja also ich bin gerade überrascht trotzdem fällt das es ist wirklich sehr interessant ich habe das noch nie mit dieser anderen kamera an sich gespielt ich wusste nicht mal dass das geht so jetzt schalte ich um das ist aber echt interessant die auch drehen kann und so ich habe die falsche taste gedrückt aber ich dachte gerade für einen augenblick ich hätte es nicht geschafft aber das war ein trugschluss so ich kann den nicht besser anstehen die kamera dann muss es so klappen mit die daumen nein ich war doch drüben die und die in und ich es tiden Gebt das viel her. Nein, nicht so rum. Ich habe jetzt einfach versucht, das durchzuwaschen. Ah, das gibt es doch nicht, ey. Das gibt es doch echt nicht. Wenn man wenigstens nur einmal alles wegsprengen müsste und das nicht bei jedem... ...verblödeten Versuch neu machen müsste. Nein, die ersten Kräger sind relativ gut hier. Aber... Ja, endlich! Boah, ey. Ich glaube es ja nicht, ey. ... ... ... ... ... ... Was? Äh... Ich würd' mal sagen... Boom! Wow! Es war so schwer, diese Krone zu bekommen! Ihr glaubt es nicht! Ihr glaubt nicht, wie froh ich gerade über diese Herzen bin! Dann vermies ich's! Ist klar! Ah... Ah... Äh... Wieso war das hier? Über mir! Komm her! Das ist ja ein X! Okay, doof! Komm her! Okay, cool! Weiter geht's! Ich scheiß jetzt auf die Krone! Nö... Ich will da jetzt einfach nur rüber! Ach da... Schaut euch das an! Da wär auch ne Krone gewesen! Habt ihr das gesehen? Warte... Moment... Ich hab was geholt! Äh... Ich hab was geholt! Also hier wär auch ne Krone gewesen! Oh! Und scheinbar auch die erste sind geholt! Hab wow! Einfach nur wow! So, ich hab jetzt ernsthaft einfach alle diese Dinger platten! Boom! Boom! Okay! Kommt jetzt der Boss? Keine Ahnung! Ich geh einfach mal durch! Ja! Der Boss kommt! Und... Damit nach ist dann Halbzeit! Bzzz! Bzzzz! Bzzzzzz! Bzzzz! Raus! Ne, Anspielung erkannt! Von mir gerade! Die! Bzzzzz! Bzzzzzz! 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 Bzzzz! 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 Au! Das war jetzt unfair. Okay, ich nehme doch lieber wieder die Sicht hier. Au, 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 au. Komm, gib mir was zum Schießen. Wow! Mist, ich getroffen. Die letzten Dinge sind echt schwer zu treffen bei Ihnen. Ich behalte es mal im Maul und lasse ihn hier gegen krachen und... Ah, verdammt, fast. Jawohl. Aua. Und fair. Jawohl, habe ich ihn. Hast du gedacht, du könntest mich versiegen, du Mistvieh? Ne, ne. Da bist du Blatt, was? Besser gesagt, klein. Ja, mach dich wohl schwindlig. K.O. Und sieg. Sehr schön. Das haben wir als nächstes das Desert Land. Okay. Starten wir noch schnell. O. Ja. Ja. Die Däumchen drücken. Na, krieg ich es auch noch hin zu speichern? Ja, gut. Also dann, ciao, ciao.